Einen Tag Einen Tag Einen Tag Einen Tag Einen Tag So, Last but madly spielen wir den letzten Song Den allerletzten Und ähm Oh, das sieht sich ja toll an Wir können keine anderen Song spielen Also wenn ihr eh alle so so richtig gut drauf seid, dann würde ich euch bitten, dass ihr alle in die Hände klatscht und mitmacht. Wenn ihr den Text versteht, mitsingt, ausraskelt, auf die Tüche steigt, wie auch immer, einfach Party, bisschen Party-Feeling und viel Spaß vermitteln wollen wir euch. Ich wollte auch noch ein großes Los reden. Der nächste Song, der letzte Song, wie gesagt, bei diesem Abend heißt Wiedersehen. Und ich hoffe, dass wir uns auch wirklich demnächst mal wiedersehen, irgendwo, bei einem unserer Aufsitze. Ja? Seid ihr dabei? Ja? Okay. Dann fangen wir jetzt an vorbei. Wuh! Wir brauchen euch. Wir brauchen ja wunderschön. Alle mitmachen, bitte! Dass wir uns heute wiedersehen, das ist wirklich wunderschön. Ich freu' mich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen. Alle zusammen! Wuh! Dass wir uns heute wiedersehen, das ist wirklich wunderschön. Ich freu' mich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen. Wuh! 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 Ich freu' mich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen. Martin! Martin! Wuh! 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 Ich freu dich wunderschön, ich freu dich jedes Mal auf dich Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen Ja, dich meine, ja? Dass wir uns heute wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen Wenn wir uns wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen Dass wir uns heute wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen Wenn wir uns heute wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Ich freu dich jedes Mal auf dich, wenn wir uns wiedersehen, das ist wirklich wunderschön Also hier BuckyTV, DJ Blackskin am Start Ich darf mir kurz mein Handy weg tun Okay Also, herzlich willkommen bei BuckyTV Iron Kuma mit DJ Blackskin hier am Start bei Bucky live im Piazza in Kassel Freund Maxhausen Wie ihr seht, bin ich auf Wasser Und äh Mal wieder Keine Special Effects heute Leider zum Ärger meines Homies, Blackskin Also, wie hat dir das denn gefallen, Blackskin heute Abend hier? Ich fand's cool, war cool organisiert, Spaß gemacht zuzuschauen War sehr cool Ansonsten, das war ein ganz chilliger Abend hier mit Bucky und Band Wie ihr sehen könnt, zahlreich sind die Leute erschienen Wir können ja mal ein paar Leute fragen, wie es so war Wie hat dir das denn hier gefallen heute? Awesome, war unglaublich, war sehr gut, gute Umgebung, ja Hat mir gut gefallen Es war wunderschön, wirklich, wie das letzte Mal optimal Also bist du schon öfters bei Bucky-Konzerten gewesen? Naja, das war ja nicht so oft, aber bis jetzt Also er betrifft sich immer mehr an den Fans Also Leute, wie ihr sehen könnt, es gibt Fans, Leute die immer wieder kommen und wieder kommen Ich hoffe ihr kommt auch wieder Die Musik war sehr schön und sehr ergreifend Dankeschön, vielen Dank Es war nicht der richtige Moment, weil meine Freundin war ein bisschen erregt jetzt gerade Das schneiden wir raus Schneiden wir raus Tim, wolltest du auch noch ein Statement loswerden? Es war sehr schön hier mit Bucky wieder Immer wieder Und der ganzen Band natürlich Macht sehr viel Spaß immer Sehr gut geplant, gut in der Ausführung Bucky war super, hat mir sehr gut gefallen Dankeschön, vielen Dank Tim Peace, sag ich immer gerne Peace 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 Peace